Naja, naja, naja. Grad so, möchte man sagen, grad so. Nicht genügend Material. Ich hoffe, das reicht. Wollen wir da noch einen Bogenschützen? Ne, haben wir nicht. Da oben stehen zwei. Ach, wir haben ja hier welche. So, alle vier wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, okay. Wir müssen jetzt hier irgendwie die Stellung befestigen. Ich hab keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Wir könnten nochmal ein paar von den Jungs da zur Dings hochlocken. Lalalala. Das ist echt doof. Wie du es auch drehst und wendest, das ist echt doof. So, wir könnten aber wenigstens hier mal ein paar Gebäude weiterbauen. Ähm, eins. Wow. Krass. Oh, schön, 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 schön. Nahrungsverbrauch wird reduziert. Wir haben nochmal ein bisschen was dazu bekommen. Das finde ich gut. Dann können wir nochmal aufrüsten. Geht das hier? Zwei. Hm, naja. Äh, da sollten wir jetzt vielleicht nicht runterbauen. Wir könnten aber stattdessen sagen... Wir setzen hier ein bisschen was hin. So, okay, was mach ich jetzt hier unten? Wir haben 15 Bogenschützen zur Verfügung und schaffen es nicht, hier mal ordentlich aufzuräumen. Ja. Warum kann der eigentlich nicht... Ach, der wird gerade repariert. Okay. So. Was hast du dazu für eine Reichweite? Der geht bis dahin. Und bis dahin. Das heißt, es reicht für den Abschnitt nicht ganz aus. Ähm... Ich würde hier ganz gerne jetzt noch durchziehen. Eigentlich würde ich hier runter zumachen und hier runter zumachen, aber das ist... Boah, das ist Millimeterarbeit, das ist ekelhaft. Also mal ganz ehrlich, das ist ekelhaft. Und wir brauchen noch mehr Holz, das hilft nicht. Boah, da unten! Plus 16! Geil! Und da kommen die Zombies nicht ran. Plus 16, das ist ja ein Traum. So, okay. Jetzt fehlt es natürlich nochmal an Strom. Ja, wobei, für eine Ballista wird es reichen. Ja, Tatsache, wir könnten eine Ballista bauen. Die wäre natürlich jetzt hier wirklich ein Träumchen, aber die würde so ziemlich alles anlocken, was wir da haben. Das ist nicht unbedingt Sinn der Sache. Kann ich da noch zumachen? Ne, kann ich nicht. Da könnte ich zumachen. Oder ob nicht. Okay. Wirklich, diese Millimeterarbeiten, das ist... Das ist echt furchtbar. Die Ballista könnte man verschieben, hier nach vorne. Die Mauer wegreißen. Ich meine, gut, optimal ist das alles nicht, ja. Das gebe ich zu. Ist leider so. Aber... Ich denke, dass die ganze Map nicht wirklich normal ist, von dem her. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Oh, komm, wir bauen gleich noch eine. Und das Spiel ist uns gerade mal erlaubt, dann bauen wir uns noch eine. Die Frage ist nur, wo. Da oben rein. Könnte man machen. Dann brauchen wir auch wieder Nahrung. Dafür brauchen wir aber eh erst einmal Energy. Energy. Energy Power Drink. Wünschte ich mir manchmal. Wir haben schon sieben Ballistas. Aha. Die da drüben, die Stellung ist natürlich immer noch nicht sicher. Da stellen wir vielleicht gerade mal... ...zwei Bogenschützen ab. Wieso ist das Nahrung gefehlt? Okay, Sekunde, 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 Sekunde. Äh, da 26. Ach, da wollte ich eigentlich die andere Farm reinsetzen. Ja, scheiß drauf. 26, 28, 30, 32, 30. Schauen wir mal, ob wir noch mal was anlocken können hier unten. Oh ja, da kommt jetzt gut was mit. Ganz schnell die Mauer zu machen. So, hier oben werden wir auch attackiert die ganze Zeit. Ist auch nicht so cool. Ich könnte jetzt hier tatsächlich nochmal so eine Jägerhütte reinbauen. Ja klar, weil ich die da oben wegreißen musste. Stimmt. Und... Da unten ging es theoretisch auch... Oh, plus 17. Geil. Eine Farm könnte ich ja auch nochmal reinstellen. Mit... Plus 36... Oh! Oh, da ist offen! Ach so, die kommen da durch! Oh, das habe ich nicht gesehen. Nein! Das sah aus, als wäre das hier komplett verschlossen. Ja, jetzt wollen wir natürlich den richtigen anstürmen. Toll. Ne, pass auf. Das ist... Das ist unsinnig. Da bauen wir lieber einen Turm hin. So. Osten, hä? Ich hoffe, dass da jetzt zu ist. Ich weiß es nicht. Ich sehe es ja nicht. Äh... Osten. Dann treffen wir uns wo? Vermutlich hier. Kann ich da eine Ballista hinstellen? So ganz, ganz schnell und ausnahmsweise... Das müsste theoretisch die Mauer weg. Was? Ich höre das Viech. Ich höre es nur und ich kriege schon Anfall. Oh Gott. Oh Gott. Die kommen hier durch und werden uns dann wo treffen? Vermutlich hier oben und hier. Kann ich da noch schnell Mauern draußen hinbauen? Ne, nicht wirklich. Oh Steinmetz ist ready. Äh... Wo ist denn unsere... Query? Da ist die Query. Kann ich nicht fortsetzen. Okay. Fristen wir erstmal wieder ein paar Häuser auf. Achso, ja stimmt. Wir haben mal einen Marktplatz. Pass mal auf, kann ich was... Ne, wir haben gar nichts. Wir haben gar nichts zum Verkaufen. Ne, passt. Okay. Super. Äh... Ihr vier da in den Turm rein. Müsste gehen, denke ich. Die kommen jetzt von hier oben. Die... Ja, die werden uns an den beiden Positionen hier treffen. Oder... Oder... Wo ziehen die hin? Oh, die ziehen komplett nach oben. Ja... Wenn dem so ist, Freunde, nicht mit mir. Da einen Turm hin und dann da einmal mauern. Und dann hier vielleicht noch mauern. So, einfach damit sie aufgehalten werden. Mehr nicht. Und für so enge Passagen eignen sich die Türme hervorragend. Die haben immerhin... Wie viele Lebenspunkte? 800. Eine normale Holzmauer hat 400. Oh. Oh, die treffen uns jetzt da oben. Äh... Okay. Ja. Das machen sie gut. Wir brauchen dringend Steinmauer. Wir brauchen ganz, ganz dringend Steinmauern. Kann ich jetzt wenigstens die Query fortsetzen? Ja, Gott sei Dank. Da oben. Ja, aber die kommen klar. Theoretisch. Hoffe ich. Das geht alles viel zu langsam, viel zu langsam. Tag 29. Und guck mal, was wir haben. Wir haben nichts. Scheiße. Du kannst aber auch nicht sagen, dass du hergehst und jetzt dich mit allen Truppen auf eine Position konzentrierst und nur da expandierst, weil wie du siehst, du hast immer wieder mal Frontkämpfe an allen Ecken und Enden. Das da oben wäre vielleicht noch sinnvoll, dass wir uns das holen, ne? Lass mal auf. Ach nee, wir haben ja irgendwo noch das Steintor. Das setze ich jetzt mal da rein. Dann mache ich jetzt mal was Dummes. Okay. Gut. Nee. So. Damit hätten wir ein bisschen was. Reicht das für... Uh, nee. Das reicht nicht mal ansatzweise. So. Das Zeug hier lasse ich vorerst so stehen, auch wenn es unsinnig ist. Nee, die kommen klar. Die kommen hier soweit klar. Ja? Äh, wie komme ich da raus? Gar nicht. Momentan irgendwie gar nicht. Ja, ist knifflig. Es ist sehr knifflig. Ich hoffe, dass wir hier rechtzeitig voranschreiten können. Äh, vor allem mit den Hütten. Ich habe jetzt noch eine Hütte, die ich bauen kann. Dann war es das. Oh, warte mal. 40 Holz, 40 Stein. Okay, das ist... Da fehlt nicht viel. Stein, ne? So, leid es mir tut. Das kommt jetzt mal weg. Sobald die Query dann ihre Ladung abwirft, sind wir bei 40. Dann können wir uns das leisten. Allerdings muss ich jetzt hier natürlich auch die Gunst der Stunde nutzen und hier zumachen. So in etwa. Oder wir gehen gerade mal her... Halt warte, was braucht man für den? 1.000 Gold. Oha. Oha. Okay. Ähm. Okay. Passt. So, wo schmeißen wir den hin? Kann ich da unten noch eine Farm reinquetschen? 20. Naja. 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 Nicht so wirklich. 20 ist schon ein bisschen wenig. Okay, der hat als Reichweite noch diesen Tesla-Turm. Das finde ich gut. So, ein bisschen Micro-Management betreiben hier. Ah, jetzt kommen sie da schon wieder angelaufen. Wie... Geistes... Ach, hier ist ja auch nochmal offen. Oh Gott. Ja, jetzt holen sie sich den Tower, das ist mir aber wurscht. Das sind immer so diese kleinen Anstürme, die du kurz mal auslösen und überleben musst. Wie, no. Sag mal, wo laufen die Viecher denn hin da hinten? Ist da noch offen oder was? Oh, scheiße, die ganzen Harbien, alter. Alter. Alter, die ganzen scheiße Harbien. Und jetzt werden wir da oben auch noch attackiert. Na, Glückwunsch. Ah, man. Ätzend. Die Viecher sind so ätzend. Okay, pass mal auf. Einfach damit wir mal Scharfschützen haben, ja. So die... Die ersten paar. Mehr nicht. Toll. Das mit der Mauer da drüben hat sich ja super gelohnt. Tolle Sache. Ganz tolle Sache. Jetzt habe ich natürlich kein Gold, um die Steinmauern zu erforschen. Und selbst wenn, es würde uns nichts bringen. Haben wir eigentlich überhaupt Steinen vorkommen noch, die wir anbauen könnten? Hier? Ne, ne? Alter, doch da oben. Gibt das? Ne, natürlich nicht. Ach, da. Plus 4. Plus 5. Plus 3. Jaaaa. Ja, scheiß drauf. Plus 4.